Wechsle das Magazin. Was macht das? Feindliche Drohne erledigt. Ah, okay. Feinde neutralisieren. Marken nehmen. Gewinnen. Simpel. Simpel, sagt der Tummschmerz, dass er nicht auf dem Schlachtfeld steht. Augenleuchter. Wie er seine dumme Fresse vor mir am Auto vorbeigeschoben hat. Hör mit, Junge. Liegt auf der Erde rum. Steckt sein Schwanz in irgendeinem Maulwurst. Das wäre geschafft. Dann brauche ich jetzt noch einen, hm? Einen brauche ich noch. Da brauche ich noch. Geil. So einfach kann es doch gehen. Warum nicht immer so? Ich lade nach. Da kommt eine Blitzgranate. Achtung, schütteln. Noch wenig. Noch wenig. Noch wenig. Noch wenig. Ja, zählt das noch? Zählt das noch? High-Rice. Andauernd High-Rice. High-Rice. Ich kann es nicht mal hören, Junge. Geht in die... Geht zum Netto und kauft euch eine Tüte High-Rice. Ich will Dumping essen! Ich will Dumping essen! Lexi? Hallo? Dann spiele ich es mal, wenn ich Bock habe, weißt du? Und... Hey, als gibt es keine Abwechslung bei den Maps. Die Leute haben bloß... Keine Waffe in der Hand. Der Ochse hat mir auch keine hingegeben. Und wo hast du so gewonnen? Oh, schluss. Also heute kommt irgendwie keine Freude auf. Oh, oh, pfff! Der Drecksbaum, der Drecksbaum will einfach nicht verrecken! Oh, es waren drei Kills. Das habe ich... Jetzt habe ich gar nicht mehr von ihnen gesagt. Vor lauter Fuß. Da muss ich keinen Schaden machen. Ist denn das die Möglichkeit, Junge? Ja, ich kriege zwei in die Fresse und nicht total. Nein! Oh, musste dieses dumme Schwein da noch von links kommen, Alter! Oh, sie... Wie denn nur? Sie kriechen doch wie die scheiß Krabben unter der Treppe rum! So rennt eine Strandkrabe an Land. Wenn du mit so einem Hass zurückbleibst, Alter! Ey, so... Ich habe an der Wand geklebt. So klebt man an der Wand, indem man seinen halben Körper trotzdem noch ausschiebt, oder was? Ich dachte, ich hänge dann wenigstens so mit dem Kopf los, weißt du? Bei mir ist... Oder beim... Wenn es dich selber betrifft, ist immer alles anders als bei anderen. Ich gehe ein Rauchen. Hörst du mich? Er wird sich schon melden, denke ich. Vielleicht ist er gerade Rauchen. Oder Cutten. Mein Arsch brengen! Ja! Ich blute! Wieder zwei und der Dritte legt mich um. Alter, leck mich doch am Arsch, Junge! Nichts gibt's da hoch, Alter! Du kletterst da nicht hoch! Verwündete Drohne im Einsatz! Ich klettere hoch! Aber... Hat sich auch nicht gelohnt. Nicht da hoch! Ihr Trottel! Ich gehe da hoch! Was für ein geiler Schuss, wie ich Munition gespart habe. Alter! So geil! Kommst du mal den Berg hoch? Stehe unter direktem Beschuss! Verlass mich! Oh nein! Das meine ich! Verstehst du? Machst zwei Kills und irgendwo ist so ein Arschloch! Ach, hier ist das Perimeter! Nach dem Haus am See! Ich werde hier drüben beschossen! Haus am See! So, jetzt habe ich wieder zwei! Drei! Ja, jetzt kann ich sterben! Jetzt kann ich sterben! So, noch zwei Kills und dann haben wir die auch auf Gold! Und da sind scheiß Sniper! Ne, mit dem leg ich mich jetzt nicht an! Ja! Noch einen! Ja! Gold! Komm! Blitz auf! Blitz auf! Mit 13 Schuss! Ja, jetzt war es aber! Jetzt! Endlich! Ey, das Spiel hat mich doch verarscht, Alter! Wollte wohl springen und snipen oder was? Was? Wollte ja wieder den übelsten Flick hinlegen, Junge! Ficker euch alle! Junge! Mein Blumentopf! Ich denke sie wieder drinnen wie die Maden im Strecken! Immer schön nach hinten gucken! Wieso nach hinten? Ich habe ihn noch von vorne erschossen! Was quatscht denn der hier für ein Blödsinn? Scheiß Sniper, Junge! Was für ein Loser! 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 Hahahaha! Hey! Er war, der Kopf war noch 10 Meter weiter weg, Alter! Hör da rauf! Hörst du? Ne, ich hör dich nicht! Ich hör dich nicht! Hier, warte mal! Ist doch eine Anfrage! Es muss doch hier irgendwo drinnen stehen, Herausforderung abgeschlossen! Aber es ist doch dumm, sag ich mal! Freunde! Freundschaftsanfrage! Annehmen! Bist du das? Jetzt habe ich nicht geguckt, wer es war! Ne! Wie heißt du? Ne, das bin ich ich! Das warst du nicht! Nein, das war nicht ich! Ja! Zurück! Mein Holger! Kam da einer? Ich weiß nicht, ob da einer kam oder ob da was bloß rumgeflogen ist! Irgendwie Müll oder sowas! Da kam einer! Was für ein Loser! Ich komme mit! Ich komme mit! Ich bin alleine hier! Wo sind die denn?! Wo ist die denn?! Granate! Scheiße! Ich weiß nicht, Herr Charlie! Der Barschlech! Granate ist raus! Ich wollte gerade sagen, die fetten wir aber ab, aber so fetten wir die gar nicht ab. Alter, der hat aber direkt passiert. Lohnt sich das ein Battle Pass zu kaufen oder nicht? Ich spiele erstmal die Togels, so viele Togels und dann entscheide ich. Was für Togels? Ihr habt doch keine Togels. Nein, du musst erst mal erspielen, knillig. Es sitzt ein Busenwunder in unserem Bus. Die Haare könnten ein bisschen gemacht werden, aber sonst ist es schon ganz okay. Ja, das bin ich. Achso. Ey, du hast ja... Ich habe mit dem Battle Pass gekauft. Ich möchte einmal so im Fenster stehen. Alter, ich stehe keine halbe Sekunde dort. Das konnte ich dir nicht durchgehen lassen. Jetzt kriege ich meine Marke zurück. Dann hole ich die Marke. Wohlverdienen. Boah, ich fühle mich gerade erschrocken, Alter. Wasapp420, Activision-ID Easy Lexi. Bist du auf wasapp420? Keine Ahnung. Nee, eigentlich nicht. Verstehe ich nicht, was bedeutet das hier Pogs? Das muss doch aber du sein. Verstehe es nicht. Magazin weg. Da kommt deine Betreuung. Granate! Nein, Mama! Mama! Wechsel das Magazin! Wechsel das Magazin! Feindbeschuss! Stehe unter direktem Beschuss! Tja… Nicht heute! Granate ist raus! Was ein Idiot! Was ein Loser! Lass mal hier die Bomber. Komm, da ist einer! Jetzt ist keiner... Doch, da sind welche. Ja, drei sogar weggeholt. Der Bruch hat was abgekriegt. Egal. Immer diese Granados. Ich lade nach. Der hat mich auseinander genommen. Naja, doch. Ja, aber ich hab ihm Turn-On gegeben und ich war voll drauf. Guck mal, wie leicht rot der noch war. Aber ich hab viel mehr auf ihn geschossen. Ach, du hast ja vor 30 Euro gekauft. Mhm. Ach so. Ich mach jetzt keinen Fuß mehr vor den anderen, ihr Arschlöcher. Ihr blöde Schweine, ihr ver*********. Krass. Ich bleib jetzt hier sitzen. Kommt ihr doch. Lasst die Arschlöcher doch kommen. Lasst die doch mal rumlaufen. Keine Ahnung, Alter. Da kommt er mit seiner goldenen Waffe. Wer? Du. Hä? Ich hab doch die komische. Ich hab doch keine goldene Waffe in der Hand. Ah, ne. Jetzt nicht mehr. Das. Ach so. Ganz toll gemacht, Alter. Die Affe da hinten. Ein schimmelndes Hu*****. Hab was abgekriegt. Da hängt ein Bus, Alter. Alles gut, ich pass auf dich auf. Äh, ist das nächste Arschloch. Treffen sich alle da hinten. Treffpunkt der totalen Arschlöcher. Ja, das konnte ich dir nicht durchgehen lassen. Mit irgendeinem Captain MG spielt der. Mhm. Nachdenk très junte. Nagtala. Schöpfung führt ein Bauch an ein Bödern. Weg wieder. Willkommen mit einem Alles přip attending. Tipps oder Zahn. Olha, ich könnte man ein paar fixediles Die Ame. метено, ich könnte sie halt vor. Ja, ich würde mich ein, 50er. Ja. inne, n mixture kielen. steep komst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017